Hier ist dann nix weiter. Das hängt da rüber, vermute ich. Einmal rüberspringen. Ist das so einfach? Naja. Das ist so einfach, oder? So. Okay. Ganz gefährlich hier. Aber ist ja auch so Standard-Ewig-Spiel. Da lass ich mir so ein paar Heiltränke. So. Naja, zeitlich begrenzt. Bestieh ich schon. So, mal den noch erledigen. Ah, noch n... Relikt. Relikt von Renagut. Okay. Renagut. Das ist das letzte, oder? Das ist aber das letzte, glaube ich. Heiltränke wäre mir grad lieber. Als ein Blödsart. Oh, die lassen doch nix fallen. Hier kommen wir zumindest immer wieder raus. Immer toll. Immer ne tolle Sache. So, was mache ich jetzt mit diesem Portal? Ich will mir irgendwie aufzeilen mal, heilig. Das sollte eigentlich nicht so schwer sein. So. So. Das ist jetzt klar. Ja. Gut. Äh. Ja gut, aber was genau bringt das jetzt? Halt! Ich wollte den haben. So. Ja, was bringt mir das? Ich hab keine Ahnung. Ich hätte gesagt. Äh. So. Das kann er ja ruhig machen. Nehmen wir jetzt da dieses Portal. Ich glaube, wir müssen das auch nutzen. Und entsprechend da dann drü- Auf der anderen Seite da was zu haben. Müssen wir nämlich da eins haben. Müssen wir wahrscheinlich da unten irgendwo reinkommen. Oder auch nicht. Was genau bringt das? Was genau bringt das jetzt? Man, ich kann mich ja zwei hinstellen. Man, ich kann mich ja zwei hinstellen. Aber was genau bringt mich das jetzt? Ja, man hätte jedenfalls stärker machen müssen. Ich meine, ich kann jetzt... Ich weiß nicht, das ist ein Hebel. Aber wahrscheinlich war sowas. Ja, vermute ich mal. Aber ich hätte... Hätte das Ganze mal stärker machen müssen. Ja. Komm her. So. Der ist immer egal. Das ist immer schnuppern. Das ist immer nicht so wichtig. So. So. Ach. Ja. Na. Hahaha. Warte mal. Klar. Habe ich eigentlich noch mal machen müssen. So. So. Jetzt müssen wir eigentlich gehen. Jetzt müsste ich eigentlich... den nach unten machen. So. Dann mich transformieren in die Gestalt. Und... Jetzt müssen wir da durchkommen. Genau. Jetzt sind wir am Hebel. Jetzt müssen wir... den Hebel aufkriegen. Ja. Nein, das war nicht mal gleich so schwer. Ja. Aber... In Ausführung hat man ein bisschen gehapert. In Ausführung hat es ein bisschen gehapert. Leider, leider. Aber... Egal. So. Wir müssen unsere Pistole nehmen. Unser bester Freund. So. Hier kommt man auf. Soll ich jetzt hier rüber? Ja, gut. Hier kann ich ja dann eigentlich lang. Ist sonst hier gar nichts mehr. Ist sonst hier nichts weiter? Ist hier noch irgendwas? Hm? Mal gucken. Ähm... Nee. Sieht nicht so aus. Sieht noch nicht so aus. Nee. Ich glaube hier ist nicht weiter. Äh... okay. Huiii. Ja, wieso fall der drunter? Was soll denn das manchmal? Schleller. Ich muss schneller einfach sein. So, komm her. Du ist tot. Was haben wir hier? Wozu wollt ich den denn? Wo soll der denn sein? Okay. Wozu wollt ich den denn jetzt? Wozu wollt ich den denn jetzt? Wozu wollt ich den denn jetzt? Ich hab den gar nicht gebraucht. Oder so. Hä? 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 Wo, wohoh ich den denn? Oder hab ich den jetzt hergeholt? Ach, guck mal diese Geister-Dingens. Die Geister-Geister, ey. Einmal die Ghostbusters rufen hat sie das alles erledigt. So, mal hier. Wieder Zeug, was... Was man vielleicht brauchen könnte, vielleicht. Doch. Gemaß Abwechslung. Äh, hä? Yo. Geh nehm ich auf jeden Fall nochmal mit her. Kann hier gar nicht mehr. Ist das schon. Okay. Ja. Ja. Wo hier bin ich noch reich hochgegangen. Simt. Ich sag doch, Ghostbusters rufen. Ja. Wir haben noch gar nicht nachgeguckt. Ja. Deswegen hab ich mich eben total gefragt, was offene Tür ist. Aber. Ja. Hier brauch man sie. Ja. Ach ja. Ja. Und da. Toll. Gleich gefunden. So. Widerstand Stein bis an... Okay. So. Was haben wir denn hier? Hier muss man wieder... ein rachsitziges Vieh erledigen. Ja. Wo hier ein Portal gesetzt werden. Okay. Das ist ja klar. Eins da. Und das andere? Wo kommt das her? Wo kommt das her? Äh. Wo kommt das her? Da hinten, an der anderen Seite. Ja. Na super. Super. Supi. Jetzt muss ich da hier ganz hinten hin. Na gut. Müssen wir da mal hin. Müssen wir da noch mal hin. Na ja. Soll uns ja nicht aufholken. Können ja den Rückweg jeder schnell laden quasi. So. Muss ich aber jetzt hier komplett hinlaufen. Wir haben hier alles frei gemacht. Deswegen wahrscheinlich. Da wollen wir mal komplett hin müssen. So. Da brauchen wir auch nicht hin. Wir müssen... ...da durch. Wo waren das jetzt? Hä? Wo waren das? Irgendwo war doch hier so ein Teil. Irgendwo war doch... Äh. Haben wir so eine Notierung verloren. Kann sein. Und wir lang gelaufen. Aber... Wo war denn das? Wir haben hier komplett durch. Und ich hab keine Ahnung wo das war. Irgendwo war noch so ein Raum. Aber ich hab mich total vergessen wo das war. War das hier? Nee. Da kommen wir doch grad... Da kommen wir doch her. Aber wir waren das jetzt. Da unten war das. Glaub ich ja. Doch. Hier war das für manchmal richtig. Aber... Mussten dann glaube ich irgendwie... nach unten sein. Oder sowas. Ne? Hier runter mussten wir genau. Wie kommen wir denn nicht drauf gekommen? Ja. So. Niemann an. Ja. Können wir auch Abkürzung nehmen. War mich eben total... bisschen... verirrt. So. Wo wollen wir denn hier die... Weg hier. Da gibt es immerhin... Da gibt es immerhin... Da gibt es immerhin... Da gibt es immerhin... Ne Truhe. Da gibt es immerhin... Ne Truhe. Ja. Da gibt es ne Truhe. Warte mal. Ich muss kurz was gucken. Ja. Guck hier nochmal. Ich hab nur kurz was geguckt. So. Das ist ziemlich bitter hier. Ich werd hier gleich von... Nein. Ich dachte nicht so. Komm her. War noch einer hinter uns. Ach Gott. Komm her. Ja. Danke. Ja. Die Streunertal ist man. Aha. So. Ich werd da noch wieder zurück können. Ich würde da noch wieder zurück können. Ich fürchte nicht. Ja. Ich werd's. Ja wohl auch so schön gewesen. Jetzt gelandet. Aha. Ja. Ja. Ich werd wieder ganz woanders. Haha. Ich werd wieder ganz woanders gelaufen gelandet. Naja. Ja. 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 Dann kommen wir da wieder raus. Hm. Kein was ist immer. Ja. 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 Das ist nicht so gut. Dann haben wir hier noch. Äh. Ja. Ein paar Steine noch. Mal gucken wo wir die irgendwo finden. Ja. Mal hauen. So. Hier du wirst. Na. Okay. Oh. Nicht weiter. Nee. Glaub nicht. Geh wieder zurück. Wann das? Wann das? Wann das? Wann das? Hä? Ah. Hier war doch noch ne Höhle. Ja. Genau. Haben wir auch noch gute Erinnerungen. Das? Gnome Arznome. Wann kann ich hier draufstehen aber. Gnome Arznome. Nur weil ich da jetzt hingelaufen bin weil ich mich daran erinnert habe. Das war noch ne. Das war alles voller Dingens war. Gnome Arznome. Was das für ein Ding ist? Keine Ahnung. Sonst ist hier nichts. Achso. Ich wollte eigentlich drauf hießen. Gnome Arznome. Weiß immer noch nicht was er überhaupt für ein Zeug ist ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Aber. Ich will mich ja nicht beschweren. So. Okay. Haben wir das. Aber was bringt der jetzt diese ganzen Äquationen? Was bringen die jetzt? Hab das auch noch nicht so ganz verstanden was die wo das hinführen soll. Weil ich mach da mit zwar die Äquadrukte in Gang aber. Ach ja in der Mitte im Mittelraum ne. Hier war doch irgendwas. Ja genau. So. Ach ja genau. Jetzt erzähl mich wieder. Genau. Wir machen das ja um für den Mittelraum da. Aber. 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 Ich will immer noch nicht genau jetzt weiß. Irgendwie weiter. Ne. Was genau machen wir jetzt hier eigentlich? Was genau machen wir jetzt hier eigentlich? Wo müssen wir jetzt hin? Ich hab eh gesagt keinem das nicht. Wir machen. Wir machen wieder zurück in den Mittelraum. Wir machen wieder zurück da hin. Boah. Ich kann ja auch mal meinen schlauen Raben fragen. Meinen schlauen Raben fragen können. Geht jetzt die Tür auf hier? Ne. Verdunstet immer noch. Geht jetzt immer diese Tür mit Leile auf? Ne. Ja, schön, was muss ich jetzt hier machen? Ja, war natürlich ein... Ich wollte... Das war jetzt der Sprung in zu der... Ja, im wahrsten Sinne. Da habe ich mir das Gefühl, ich bin nicht falsch. Wo geht es jetzt so hin? Wer soll in die Richtung? Er wird da noch nicht fertig. Ich habe jetzt noch nicht so ganz raus, worüber wir eigentlich hinwollen. Was wir eigentlich machen wollen und... Überhaupt, das habe ich jetzt noch nicht so ganz... Raus. Nach vorne? Okay, wir müssen doch vielleicht da irgendwie da hoch oder was? Da vielleicht irgendein Weg nach oben? Hmm...